Mein Name ist Frank Michel von der Firma MERK. Beim Lab Sustainability Summit stelle ich MERKs Nachhaltigkeitsstrategie und unsere Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit in unserem Betrieb vor. Darüber hinaus zeige ich auf, wie MERK Anwender in biologischen und chemischen Laboratorien unterstützt, bei ihrer Arbeit nachhaltiger zu werden. Ich freue mich auf Ihren Besuch.